Der eine springt hier rum mit der schweren Einheit. Hallo. Wo seid ihr grad? Hallo. Crossroads. Das magische Aufmür-Dreieck. Ach da! Ich teste gerade mal Nvidia Shadowplay. Ja, da wollte ich auch mal was machen. Was für ein Ding? Shadowplay? Ja, es ist ein Aufnahmeprogramm der Grafikkarte. Mit dem du angeblich die Framerate nur um 10% verhängen wird. Das scheint sogar zu stimmen. Ja, weil du einfach die Grafik abzweigst. Ich hab 70 Frames. Standard. Der neue Rechner macht sich bezahlt. Auf Ultra mit Physics, oder? Jep. Allerdings auf Warpgate. Aber dann freue ich mich schon. Dann werde ich genauso spielen. Weil wir wirklich fast die gleichen Komponenten haben, was Prozessor und... Gut, wenn du einen Prozessor selber hast, dann dürfte es sein. Weil Planets hat es ja eher Prozessor-lastig. Ja, aber du hast den i7, gell? Nee, ich hab'n i5. Bin ich Rockgefäller? Aber mit 4770k, oder? Ja, nee, kein K. Überhalte. Überhalte, äh, Dings. 4770. Ja, sowas. Ich hab'n i5 mit 3550. Das reicht aber glaub' ich trotzdem. Ach, stimmt nicht. Oh! Das Büro reicht's. Die Grobschilte. Ah, Shady, und was ich dir noch sagen wollte, auf die Belohnung kannst du lange warten. Hier wird keiner bezahlt. Ach, Video von Shady. Hallo. Kannst du von mir aus auch hochladen, kein Problem. Ist der im Moment von AFK, oder was? Wer? Warum kommt keiner an? Was war das? Ich bin da. Wow! Ja, nehm die Antworten. Der Sandy ist gerade in die Luft geflogen, weil da auf dem Berg Prawler war. Übrigens, Physik sieht geil aus. Ja? Kann man ne Runde Schradder-Lip machen? Ja. Wer will Panzer fahren? Wo ist Braunste? Panzer-Gate. Wer will Panzer fahren? Wer will Panzer fahren? Oh, wenn der Zeit zwei Exit funktioniert nicht mehr. Hatte ich schon lange nicht mehr. Marsch, dann noch ja. Ja, aber ich bin grad noch Heavy, warte. Ach so. Ja, kannst du ja trotzdem mal ziehen. Oder hast du nicht zu? Ne, 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 hast du nicht. Danke da im Osten schützen. Wir können ja dann... Ich glaube Ultra-Gefährten mit. Ach ja. Richtig. Rhyzer. Ja. Army sind scheiße. Hä? Wir haben ja meine gesamte Landwirtschaft kaputt gemacht. Mary, wenn du... Ich bin das Wort. Ja, wenn wir dann mal tauschen, willst du ja lieber einen mit Haichi haben oder Präzisionsbomben machen? Alter, ich leuchte ja wie ein Weihnachtsbaum. Also, Libby kann ich nicht fliegen. Echt nicht? Nee. Hallo, Platte. Ich flieg auch erst seit... Ja, jetzt gut zwei Monaten Reaver. Cool. Ich frag mich, was das für Platz ist. Wenn überhaupt. Okay, fragen wir mal andersrum. Würdest du lieber eine Shredder-Hard? Siehe der haben es nicht? Äh... Siehe aus nach Kerame. Oder eine Dorf? Schastik. Ich stelle mal eine Skyguard. Ich komm mit ihm eigentlich mit beiden Klassen. Gut, dann... Mh... Brecher oder... Trotkin. Ja... Scheiße läuft das ein bisschen. Mit der Enforcen-Style. Mhm. Mhm. Gibt's der nicht von Delta-G, wo wir auch immer das angeschrieben haben? Ja, ja. Das ist der fackige Handy-Werker. Was wir jetzt wissen. Wer ist das? Hm? What the fack? Er ist kein Sonderlich-Kleber-Werker. Wie ist das? Was ist das nicht hier? Nein, du warst ausnahmsweise mal nicht gemeint. Hehehe. Fette Schlacht von 60 Frames. Das passt doch. Ja. Willkommen. Ich hab nur 55, ja. Schnauze, ich hab 90. Das kenne ich. Aua! Ja, so. Das... das kenne ich noch. Bei mir waren's immerhin 20 bis 25. Wir lassen mal... ... zu lang 8 Minuten... Mary benutzt mal die Wärme nicht nach unten. Die sind wohl blau. Ja. Seht ihr den... Seht ihr den Monaton da drüben? Ja. Wow, wie viele Panzermine liegen denn da? Waren die Rednecks wieder da? Oh. Alter, dann fahren wir hier zurück. Ich hab jeweils von meinen Kürzen auf den Gunner zu spielen. Ich hab grad selber nen Panzer. Wow, was ist da für meine Männchen? Ah, die sind alle blau. Geht gerade. Geht gerade. Geht gerade. Geht gerade. Na ja, ich brauch jetzt noch... Jetzt noch eine Woche hoff ich, dass dann das ganze Zeug da ist. Und man sich das hier bedingt. Wo hast du bestellt? Äh... Teilweise Amazon... Und das andere... Bei so nem... Ach so... Hardware-Versand. Du... Ah, Hardware-Versand.de. Ja, da hab ich mein komplettes Rechner praktisch hier. Bei so ein paar Teile. Ja genau, bei mir hab ich auch... Das meins hab ich da. Aber... Da ist ein Striker. Ja, ich muss gemerkt. Komm hier her, wir sind zwei Engies. Aber das ist kacke. Die... Ich hab das nicht so gemacht, dass ich da diese 3% von Post-Packen auf das Zahlen musste. Und die Maus entdeckt, ich kann sie auch unterstellen, das ist ja schlimm. Das Spiel ist zu schnell. Ich komm nicht mehr nach. Ne, meine Maus war zu schnell. Ich hab mal drüber hinweg gezählt. Und das hat irgendwie ewig gedauert, bis erstmal das Geld eingegangen ist. Und ich weiß nicht mehr, ob sie's losgeschickt haben. Ich hab's letzten Sonntag bestellt. Bei Amazon oder bei Hardware-Versand? Bei Hardware-Versand. So, und mir ging das alles richtig... Also bei Amazon... Das von Amazon ist schon alles da. Also... Normalerweise schicken die dir ne E-Mail, wo du dann sogar dein Paket verfolgen kannst. Das war bei mir zu... Ja, gut, DHL, ja. Aber im Vergleich zu Amazon, da hab ich fast 200€ gefahrt. Also das war... Ich weiß, der Hardware-Versand ist preislich echt das Beste. DHL, das heißt dein Sand. Scheiße, gib mir mal Deckung, sonst krieg ich die... Ah! Ah, im Visier! Uh, ich bin grad zu den Kommen, aber da ist noch ein Mossy, den krieg ich jetzt gerade nicht. Guck mal, die war auf dem Tower. Ach, der gehört schon uns? Haben wir Broken Arts Road schon den Harpons reingenommen? Scheiße, weg. Ach, krass. Das war mal ein Mossy. Was ist das jetzt schon wieder hinter uns? Was? Von wo schießen die denn die ganze Zeit auf uns? Okay. Erstmal Wegpunkt setzen. Ja, ist klar. Hast du gesehen, wie viele Rebomben um uns rum waren? Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich war drei Rebomben. Hat er eine Kreise, aber nur sie haben sie nicht gesehen. Die Starksten sind die gut. Welche Richtung? Aber sauberen Kills sind nicht wirklich gut. Was? Verlegung? Moment. So kann man auch farmen. So kann man auch farmen. Soll kann ich sagen, mit Vollmund spricht es nicht so schlecht. Na, da war er. Ich meinte saubere Kills für mich war gut. Ich muss das einfach nur reinhalten, das war schön. Oh, Prawler vor uns. Ist doch einfach gleich verschossen, wie gesagt. Eines von. Woll, gucken wir mal. Der zweite Mossy. Nee, genau. Naja, da sind noch drei. Der zweite Mossy ist noch da. Kriegen wir den Arzt nicht überhaupt eingenommen, oder? Wow, jede Menge Mossys. Naja, einen habe ich erwischt. Oh, ganz oben auf dem Felsen hüpft ein Tarana rum. Angst, eure Skyguard ein bisschen zu blöd zu treffen gerade. Verpiss dich hinter mir, du Idiot. Vorhalten. Mach den weg, mach den weg. Ich schalte vorher, nur ich halte zu wenig oder zu weit. Yes, nice. Nix mehr. Ich find's gut, dass die sich nicht zurückziehen. Ja, der Kommissar lebt noch. Solange ziehen die sich nicht zurück. Boom. Alter, geh mir nicht auf das Sack. Wir sind gleich in den Arsch. Okay. Oh, ich hab's nach oben. Ich bin super auftritt. Ich bin super auftritt. Ich bin super auftritt. Ich hab' die Gezossen. Geil. Ähm, Nervis ist noch eine gute Helmester fahren, ja? Sichtkontakt zur Feinsteuers. Okay, ich will das mal sagen. Ach, so. Ja, du kannst doch mal raus. Dann ist die nächste. Ach, bisschen. Oh nein, ich bin wieder einer. Alter, dieser Volli- Ruhig, Blut. Ja, nein, wenn du wieder von hinten die ganze Zeit blockiert wirst. Oh, scheiße. Ach so, ja, gut. Schieß ihn an. Schieß ihn so lang an, bis er weg ist. Ist der Thunder schon weg? Ja, der ist weg. Oh, das hilft doch nicht. Leider hilft nur die Probekeule. Die Kronen-Schlitte. Oh, mach mal. Wir müssen zurück, hab' kein Muni mehr. Autsch. Ich steh' oben auf dem Muni-Turm. Wenn du mir kurz Druck gibst, dann kann ich mich vorne achter setzen. Ja, warte, ich bin grad am... ...mein Leben fahren. Autsch, Autsch, Autsch. Ah. Autsch, Autsch, Autsch. Wow, den Galaxy dürfte auch mal gern Bremslichter anmachen. Wenn sie mal in Bremsen umgehen. Oh, nur noch 40 Frames. Oh, haha. Ich freu' mich schon, wenn ihr nicht mit flüssigem Bild und mal auf besserer Grafik grünen kannst. Das nervt mich so. Blenderzeit ist das einzige Spiel, wo ich sagen muss, ja, dass du höher die Grafikeinstellung ist, desto besser kannst du spielen. Richtig, weil wenn du auf die Spiele bist, siehst du nicht mal getarnte Spione. Das würd' ich mal nicht so sagen. Ich hab lange Zeit auf 70 Spielen. Ich seh' sie nicht. Auf jeden Fall. Aber sonst, bei anderen Spielen mach ich's meistens ja auf niedrig, damit ich jeden einzelnen kleinen Scheiß, äh, und das meistens nicht ablegge. Hey, Angler. Hey. Ach, hi, Angler. Du kannst das Drucklead auch behalten, Mary. Ich bin grad am Panzer fahren, da kann ich eh nicht so viel. Ich hab's dir doch wohl mit Absicht gegeben. Dann gibt's Pete, der reißt sich drauf. Ja, hey. Jetzt Liberator fliege erst auf. Na gut doch, würde gehen. Ich kann, wie Jack da wie der, aber... Wenn nicht gut, gehen wir noch einen coolen Blick. Zwei Broken Arch Road! Äh, nein, nein, Autsch, fuck, scheiße. Broken Selbstmord wäre das da unten näher. Der Stein gefällt mir. Broken Suicide Road. Broken Suicide Road. Guck mal, da oben ist auch die zwei Suicide-Feld. Ah ja, stimmt. Äh, Leute, ihr habt eure Skyguard da vorne ganz alleine stehen, wenn der Prowler ankommt? Mami! Oh, scheiße, Prowler. Zurück! WAN! Was geht hier los? Au, zweck, zweck, zweck! Wow! Aua! Hässlige Vulcan. Das war nicht nur ne Vulcan. Aber die hat uns gekillt. Ernsthaft. Überleben! Nee, ich hab alle, ich spiel meine Beine. Ja, das ist gut. Jetzt hole ich, jetzt hole ich, jetzt hole ich mich gegen die Welt. Oder die... ...Stelle an. Wir kriegen nur 31 Fahrzeuge. Das ist das, was der Schwartner... Nee, 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 nee. Wir haben einen Vollmengang. Mit einem alle Wartum drauf. Sollen wir uns wieder alle da oben auf die Späte runterziehen, dann können wir die Späte runterziehen. Ja, das ist das. Wir können uns auch noch nicht auf die Späte runterziehen. Aber 10. Äh, er ist das S-Trail. Der Trupp dürfte offen sein für's Team. Den Team-Speak müsstest du auch noch wegzufinden. Ja, Team-Speak muss immer nach vorne arbeiten oder nicht, aber ich komme erst mal in Squad. Alles klar. Der ist glaube ich nicht mehr offen. Nicht mehr? Doch, der Trupp ist noch offen. Also ich bin noch reingeschoben. Der C bei Crossroads ist schon eingenommen. Es ist komplett offis. Beschreibe und kürzt doch gerade ab. Siedler, wenn sie siehst, dann Richtung C, dann... Äh, relativ, wir haben keinen Tag-Plan mehr. Ich kann kein Bänger anziehen. Ich hab keinen Tag-Plan mehr. Das ist nicht nur heute. Das ist nicht nur heute. Entschuldigung, ich glaube keiner auf die Idee kommt, Hovertag zu verteidigen. Sondern wieder nach Würmeln und Black-White. Falsch. Alle tun Violet. Alle tun... Ja, es ist mittlerweile das... Los! Hauptsache wir besuchen...